So, erstmal lecker Frühstück machen hier an diesem wunderschönen Morgen. Warte mal, da klick, klingelt, äh, klopft es an der Tür. Hallo, äh, guten Tag. Lass mich doch mal die Tür aufmachen hier. Wer ist denn da? Ach moin Flo, du willst sein, es geht. Hallo, ich bin hier eingezogen. Guck mal, ich hier. Du bist eingezogen? Wie jetzt? Es ist ein kleines, aber feines Haus. Du hast hier ein Haus gekauft, Flo. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich ist nicht das Hochwertigste, aber ich habe halt meine Prioritäten gesetzt. Aber du bist direkt gegenüber von mir eingezogen. Oh, mega cool, Mann. Das ist ja richtig nice. Guck mal, ich wohne hier. Ich habe, äh, ich habe kein Auto. Nicht so cooles wie du. Nö, das ist zwei, drei Stockwerke oder so. Ja, ich habe ein richtig schönes rosa Haus. Aber das ist ja mega nice, dass du hier eingezogen bist. Darf ich mir das mal von innen angucken? Ja, wie gesagt, das ist doch nicht... Oh, du hast hier noch Weihnachtsdeko. Ist doch nicht... Ja, ich kann es mir doch nicht leisten, die wegzuhauen. Die ist doch was wert. Ach so, äh, okay. Und hier ist dein Schlafzimmer. Hallo? Warte mal. Hallo? Hallo? Warte mal, Ryan. Du bist auch hier easy. Hi, na? Ja, guck mal, Flur hat sich... Ich bin da vorne hingezogen. Was? Du bist auch hier eher gezogen? Flur hat sich hier auch ein Haus gekauft. Guck mal. Das Kleine hier raus. Ja, ich wohne hier vorne. Hi, das ist... Du hast hier... Das ist klein, aber cool. Boah, was für ein fettes Haus. Das ist ja mittig. Mein Haus. Oh mein Gott, Ryan, das ist ja richtig nice. Hm, mehrere Etagen. Was ist das für ein... Wow. Bobbycar. Mein Auto, hey, hey, hey. Wow, wie schön. Dafür habe ich ein viel größeres Haus als du. Hä, Junge, da passt du nicht mal rein. Hey, hey, raus aus meinem Auto. Okay, also du hast sogar ein Auto. Wie cool. Flo hat auch ein Auto, ne? Was ist das denn hier für eins? Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Ich bringe es in den Müll, wo es hingehört. Flo, was soll denn das? Das ist voll ungewöhnlich. Er hat vorhin mein Haus klein und öde genannt. Ja, okay. Guck mal, Ryan, ich habe halt all mein Geld für das hier ausgegeben. Oh, das ist schon geil. Oh, der Motor. Yo. Oh, was ist das? Das ist ja mega. Oh, Ryan, das kannst du dir wohl nicht leisten. Dafür habe ich neues Handy. Hä? Ähm. Stopp, Ryan. Das kannst du nicht mehr wir machen. Leute. Ey. Was willst du jetzt machen? Wir sind doch Freunde, oder? Und hier. Ich geh jetzt auf deine... ...und eine pinke Premium-Kreditkarte. Oh, okay. Na, dann kannst du dir wahrscheinlich einen Kämpfer holen, weil ich werde jetzt den Kuh verstopfen. Hä? Was ist denn los mit denen? Oh, Mann, die sind heute irgendwie ein Streiten-Modus. Das tue ich nämlich nicht an, Leute. Ich glaube, ich meine, ich finde es schön, dass meine Freunde hier in die Straße gezogen sind. Das finde ich mega cool. Aber wenn die sich jetzt hier streiten, darauf habe ich gar keine Lust. Da gehe ich lieber nach Hause. So, dann machen wir uns jetzt erstmal leckeres Frühstück. So, leckeres Frühstück habe ich mir jetzt hier gemacht, Freunde. Ich habe hier einen Burger, eine fette Pommes und eine Cola. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Warte mal. Ryan? Was macht der da? Was zum... Wieso ist denn der jetzt drüben bei Flo? Ryan, brauchst du irgendwie Hilfe? Oh, ähm... Was machst du hier? Nein, 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 ich gebe das Sinn. Ich male Flos Auto an. Du machst was? Ryan, warte mal, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Was hast du da vor? Komm mal zu mir bitte, bevor du jetzt irgendwas machst, was du später bereust. Was hast du vor? Ja, ich lankiere das Auto um. Da wird er sich richtig ärgern. Aber das Grün ist deine Lieblingsfarbe. Wieso willst du ihn denn ärgern? Mein Problem, der hat mich so ausgelacht vorhin. Ryan, das kannst du nicht... Ich sage das Flo. Ich sage das... Nein, 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 ich sage das nicht Flo. Ist er zu Hause? Oh, warte mal, ich glaube... Flo? Der ist am Duschen. Hörst du mich nicht? Ach, Mist, ey. Ryan? Ha, bin fertig. Nein! Du hast es... Oh mein Gott, Flo hast du... Aber Ryan, ach nein, du musst es wieder rückgängig machen, der wird so sauer werden. Das passt so, tschüss. Oh nein. Mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Oh nein. Äh... Hä? Äh, Flo? Nein, 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 nein. Das, äh, mit dem Auto? Äh... Wie sie das gebracht haben, warum tust du das? Ich doch nicht, ich habe doch nichts gemacht. Ich habe versucht, das zu verhindern. Äh, das ist jetzt Kürbis-Orange. Ich weiß, ich habe wirklich versucht, das zu verhindern, aber ich konnte nichts machen. Das gebrache. Warte mal, woher weißt du denn, wer es war? Flo? Hä, du warst es. Nein, ich war das nicht, ich war das wirklich nicht. Ich kann dir nicht sagen, wer es war. Ich will keine Petze sein. War es Ryan? Ich weiß es nicht, ich darf dazu nichts sagen. Ah, na, warte. Ich habe damit nichts zu tun, ich halte mich da raus. Äh, ich weiß ganz genau, was ich jetzt mache. Oh nein. Meine Freunde streiten sich, dabei sind sie gerade erst hier eingezogen. Was kann ich denn machen, um das zu verhindern? Warte mal. Was macht Flo denn jetzt? Rennt er da jetzt rüber? Flo? Flo, was hast du da vor? Ähm, gar nichts habe ich mit diesem Werkzeug vor. Ähm, ich würde nur gerne einen Sicherheitscheck machen. Ähm, okay, das klingt fair. Sicherheitscheck ist okay. Flo, was genau willst du denn hier checken? Ryan? Flo, was machst du denn da? Oh nein. Ryan? Ryan, bist du zu Hause? Oh nein. Flo, mach doch irgendwas mit deinem Haus, Ryan. Oh Mann, bist du nicht da? Yes, das funktioniert alles auf Plan. Oh mein Gott. Ist das Wasser? Flo, was hast du gemacht? Nein, der hat... Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Wir müssen das abstellen. Ryan, viel Spaß. Das Haus wird jetzt geflutet. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ryan, oh nein. Nein. Easy, was machst du hier? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Ich schwöre es, aber... Oh nein. Ja, wen wohl? Ich will da niemanden verbetzen. Ähm, äh, du solltest vielleicht mal dein Wasserhahn ausmachen, weil hier steht das Wasserhahn. Oh nein. Der lässt sich nicht zudrehen. Das war doch Florian. Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Weil die beiden sind irgendwie voll am Streiten. Aus überhaupt gar keinem Grund. Nur weil einer ein schöneres Auto hat und der andere... Warte mal. Ein schöneres Haus. Flo? Oh Flo, bist du am Spielen? Hallo. Hi. Ja, ich spiele gerade Fußball. Willst du mitspielen? Ja gerne. Wollen wir Ryan auch fragen? Dann können wir zu dritt... Guck mal, da ist Ryan. Wir können zu dritt... Hi Ryan. Na, was geht? Ähm, willst du mit uns Fußball spielen? Guck mal, wir haben hier einen Fußball. Ja, mit uns. Wer ist denn euch? Ich sehe nur dich. Hä? Na, Flo. Der ist doch da vorne. Isi, komm her. Lass hier spielen. Sag Flo von mir, dass ich nicht mit ihm Fußball spielen möchte. Sag ihm das doch selber. Er steht doch genau hier. Hä? Mann, erwarte. Alter. Was denn? Äh, spielt doch mal mit hier. Ich kann nicht alleine mit mir spielen. Ja, hallo? Hä? Du stinkst. Äh! Isi, sag Flo von mir, dass er auch stinkt. Ähm, Flo? Oh, Ryan will, dass du weißt, dass du duschen sollst. Äh, was? Wieso soll ich ihm dann irgendwas sagen? Warte, ich rufe ihn an. Macht mich wahnsinnig. Macht mich echt verrückt. Du stinkst. Hörst du selber? Was kann ich denn jetzt machen, damit die aufhören zu streiten, ey? Das ist doch nicht normal. Ich glaube, ich habe jetzt den ultimativen Plan, Freunde. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir Flo jetzt zu einer Party einladen heute Abend, ohne ihm zu sagen, dass Ryan auch eingeladen ist, ja? Und, äh, wenn die beiden dann da sind, auf einer Party, dann werden die sich wohl wieder vertragen, hoffe ich mal. Ähm, Flo? Äh, kann ich sein, kann man... Ähm, okay, cool. Äh, hi. Was machst du? Ich wasche mir gerade die Hände, weil ich habe irgendwann mal Ryan die Hände gegeben, deswegen... Äh, okay, ja, das ist natürlich... Das verstehe ich. Also, ich habe mir überlegt, wir können heute Abend eine Party feiern bei mir, oder? Hast du Bock drauf? Eine Party? Ja, eine Party, Mann. Das wird geil. Eine Gym-Party? Ja, genau, eine Gym-Party, richtig. Bring deine Handtel mit, okay? Ich nehme meine Kekse mit. Ich werde kommen. Äh, die Protein-Cookies, äh, das verstehe ich. Alles klar, cool. Dann sehen wir uns so in einer Stunde. Ich bereite dann schon mal die Protein-Shakes vor. Bis dann! Das hat ja jetzt schon mal super geklappt. Also, Flo kommt auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir noch Ryan davon überzeugen, dass er auch kommt, okay? Ryan? Äh, ja, warte mal. Äh, äh, so. Ja. Tür nicht aufbekommen. Okay, kein Problem. Lisi, guck mal. Oh, du hast aufgewischt. Das ist die Größe von Flos Haus. Wie brauchst du hier? Das ist echt gemein. Aber du hast den Boden wieder aufgewischt, ne? Sieht gut aus. Das hat echt lang gedauert. Mann, das war... Das war Florian, die hört mich recht. Ähm, ja, also ich hab mir gedacht, du bist bestimmt mega gestresst hier durch das Ganze. Und deswegen wollte ich heute Abend eine Panik für dich schmeißen. Bei mir zu Hause. Hast du Bock? Okay, cool. Ja? Ja, wie kommt denn alles? Äh, ja, so ein paar Leute, so, ähm, eigentlich nur wir beide. Ja, nur wir beide. Okay, dann machen wir das doch. Okay, das klingt gut. Okay, cool. Alles klar. Ryan, dann, ähm, ich bereite schon mal alles vor. Du kannst dich noch ein bisschen entspannen. Wir sehen uns in einer Stunde, okay, bei mir? Ja, okay, bis in einer Stunde. Okay, cool, bis dann. Tschüss. Das ist wunderbar, Freunde. Okay, die beiden werden also auf meine Party kommen und dann muss ich sie nur dazu bringen, sich wieder zu vertragen. Leute, ich bin so aufgeregt. Okay, ich mach mal den Fernseher an, dann können wir vielleicht irgendwie Fernsehen schauen und, äh, ja, komm rein, Ryan. Du bist, äh, fünf Minuten zu früh. Du kannst dich schon mal hinsetzen. Ich hol mal die Snacks aus dem Kühlschrank, okay? Ich hab natürlich, äh, Cola. Hast du Bock auf Schokolade? Ja, gerne. Ich freu mich schon richtig auf die Party. Okay, ich hab schon mal, ich hab schon mal reingebissen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Oh, was? Ja, nee, es, okay, es kein Problem. Oh, äh, es klopft grad an der Tür. Ich, ich geh mal kurz. Oh, Flo, was machst du denn hier? Komm rein. Nein. Komm rein. Und eingesperrt. Ihr kommt jetzt hier nicht mehr raus. Hahaha. Easy, sagt Flo von mir, dass ich möchte, dass er geht. Alright, komm mal hier. Ähm. Guck mal, Flo redet, Flo redet doch schon wieder mit dir wenigstens, okay? Das ist mir egal, easy. Nein, ihr seid jetzt hier eigentlich, ihr könnt euch jetzt vertragen. Ja, ihr werdet euch jetzt vertragen. Ein Haus ist das so. Ihr müsst euch aussprechen. Guck mal, Hö. Aus. Leute, wir sind doch alle Freunde. Guck mal, das. Kannst du das? Guck mal. Ich hab ein Business Call bei meinem neuen Handy. Ich muss noch, ich muss eh gerade noch, die werden sich gleich beruhigen. Ich muss noch eine Überweisung machen hier für die Partykosten. Pack die Waffe weg. So, warte mal. Wo ist denn mein Konto? Mein Kontostand. Ach Mann. Hier, okay. 1,75 Milliarden. Und jetzt 392 für die Überweisung. Leute, was guckt ihr denn hier auf mein Bankkonto rauf? 1,7 Milliarden. Ja, 1,7 Milliarden habe ich, genau. Das ist ja quasi pleite. Pleite? Oh, die hat gar nichts. Junge, ist die Aktion? Junge, damit kriegst du gerade mal ein Brötchen. Das ist echt so. Ey. Ist halt voll gemein. Ich geh mein Gold von oben holen. Der kann mit mir gar nicht reden. Hier, ich hab noch Kohle, Leute. Hier ist doch mein ganzes Geld drin. Das werde ich dir jetzt zeigen. So, jetzt hier im Badezimmer noch einmal kurz Hände waschen, wenn man Geld ange... Äh, warte, warte, warte. Ah, was? Warum brennt es auf einmal? Hallo? Risi, wie... Hä? Ich bin hier... Warum wollt ihr den Kuchen backen? Ja, hier, ich hab den Kuchen gebacken. Oder wir. Als Entschuldigung. Als Entschuldigung. Ja, nett von uns gerade. Wir haben den Ofen gleich angelassen, gell? Falls du doch was packen willst. Ja, ein paar Pätschen oder so. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich glaub, wir sollten... Ich glaub, wir sollten das... Oh mein Gott. Möchtest du den Kuchen draußen essen? Okay. Mein Haus angezündert. Ey, wollen wir doch mal was packen hier? Also, das hat mir echt gut gefallen. Das gibt Rache! Alright, das muss voll spielen. Leute, das war's an der Stelle mit dem heutigen Video. In der nächsten Folge werden wir uns bei Flo und bei Ryan rächen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und aus da, lapp aus da.